Hallo, ich bin Michael Schlierf und ich möchte euch zu meiner Worship Piano Masterclass einlagen. Das ist ja mein schönes altes Boss-Metronom. Das wäre dieses Tempo. Microtime bedeutet, dass ich 1, 2, 3, 4... Eine andere Möglichkeit wäre Modal Interchange, also nicht von E-Moll auszugehen, sondern von E-Dur auszugehen. Dann hätte ich nämlich kein Fis-Moll-Halb vermindert, also Fis-Moll mit tiefalterierter Quinte. Ich habe 10 Videos für euch vorbereitet, denen ich erkläre, wie ich persönlich an so einen Worship-Song rangehe. Wenn ihr Lust habt, sehen wir uns immer freitags hier zur Worship Piano Masterclass.